Köln, am Montag fiel der offizielle Startschuss für die neue Staffel von Promi Big Brother. Während die farbigen Trainingsanzüge der VIPs noch nicht mal richtig eingesessen sind, wurde bereits die erste pikante Affäre gedroppt. Und Mark Heiter, 32, samt Freundin Leila Lahua, 28, dürfen sich mit ihrem persönlichen Entgegner Elena Miras, 32, auseinandersetzen. Als Alida Khoras, 47, in den Trash-Container einzieht, fühlt sie sich sofort heimisch. Die TV-Bekannheit hatte die zweite Big Brother Staffel gewonnen und kehrt nun 24 Jahre später zurück unter das wachsame Kameraauge. Anscheinend fühlt sie sich etwas zu heimisch, gegenüber Promi-Reporterin Bea Peters, 42, gesteht sie ihre pikante Affäre mit Jürgen Milski. 60, der in der ersten Staffel den zweiten Platz machte und mit seiner Suppenhuhn-Beleidigung gegenüber Paulina Liubas, 27, in der vergangenen VIP-Staffel für Stress sorgte. Das hat man ja gesehen, das ist nicht so ein Guter. Der hatte auch mit ganz vielen was, auch Melanie Müller, als die beiden in einer Beziehung waren, so die Vorlage der Journalistin. Und mit mir, platzt es da aus Alida heraus. Über mehrere Jahre sollen beide eine Affäre gehabt haben, obwohl Milski zu dieser Zeit in einer Beziehung war. Wir haben ganz viel gearbeitet zusammen, das hat keiner mitbekommen, so die 47-Jährige. Am nächsten Tag bereits bereut die Moderatorin ihr unüberlegtes Geständnis. Ich hab die Kameras vergessen, da wird doch hoffentlich keine Headline draus. Wie kann ich so trottelig sein, ich hab 20 Jahre die Fresse gehalten, schimpft die wohl doch nicht so kameraerprobte Alida. Elena Miras will Tacheles über Mike heiter reden. Reue ist auch ein gutes Stichwort für Mike. Dieser hat zwar als erster Big Brother Bewohner seine Partnerin mit im Gepäck, wird aber bereits in der ersten Live-Show mit seiner Kindesmutter und Ex-Freundin Elena konfrontiert. Elena zieht als letzte Kandidatin in der Nacht zum Dienstag in den Container ein. Während sie ihre neuen Mitbewohner, inklusive Layla, mit einer herzlichen Umarmung begrüßt, gibt es für Ex-Mike nur einen kühlen Handschlag. Der tätowierte Hühne selbst ist sprachlos über die späte Überraschung. Wir haben ja Kontakt, aber ich muss gucken, die Begrüßung ist ja eher negativ ausgefallen, schwant dem 32-Jährigen schon Böses, während er seine ehemalige Liebschaft nicht aus den Augen lässt. TV-Tipp Promi Big Brother seht ihr ab 7. Oktober für zwei Wochen täglich auf SAT. Eins montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Außerdem läuft ein 24-Stunden-Livestream auf Join. Untertitelung des ZDF für funk, 2017